so sonnig feuer minus 1 gemüse fisch jetzt weniger gemüse gibt es mehr metall und übrigens weniger erstmal egal was macht denn hier unser dingens hier holz für 90 35 haben aber nur 30 bestätigen also müssen erst mal hier noch machen so und dann fische haben wir speisekammer haben wir schon eine speisekammer her das ist hier holz haben wir keins das müssen wir schützen das schützen wir die maus macht 30 essen diesmal machen wir viel holz macht essen alle sind glücklich vorher haben wir noch was rein machen könnte nicht stärker sein können das aber auch sparen weil die karawane kommt trotzdem an weiter geht's ich habe noch verfügbare aktionen warte was sind denn ach hier ich habe ruft es mir ich habe einige zeit andere mannschaft verbracht und sehen dass sie mehr opfer bei bringen das können auch wer suchen vielleicht bringt es ja etwas holz rausschmeißen kriegen wir gemüse hier ist wieder ein eichhörnchen eichhörnchen sind gut für essen dann haben wir hier eine maus janker nehmen auf jeden fall auch und eine von den mäusen spielt eigentlich keine rolle die Stetigen wir erstmal. Mehr will ich nicht machen, weil es könnte sein, dass wir nicht nachher genug haben, oder? So, der Karten wäre hier. Könnte man auch bauen für die Moral. Können sie entspannen und Energie tanken? Weiß ich nicht. Hier, da sind die Blaupausen, wie das gebaut wird, ne? So waagerecht. Ne, wir müssen erst gucken, dass wir hier das heile machen. Wir haben ein bisschen Holz, das passt. Hier gibt es jetzt Essen. 30. Er macht Insekten. Ja. Und hier noch jemand. Wer macht das? Holz können wir diese Runde nicht machen. Vielleicht sollten wir noch was schützen. Neuer Tag, Tag 13. Caravan ist ein Stück weiter, blauer Himmel. Essen sieht schon mal gut aus. Wir brauchen viel Holz. Was macht Cleo? Cleo macht die Holz. 35 Holz macht Cleo erstmal. Da haben wir dann ordentlich was schon mal. Enzo. Kann gut Gemüse. Dann stecken wir ihn auch hier rein. So, das müssen wir hier rüber machen. 45. Dann nochmal hier den Bären. Der kann Insekten machen. Das wäre aber noch eine Möglichkeit noch ein Haus zu bauen. Insekten 35 machen wir da erst. Und die Maus. Wie sieht es denn aus? 2, 2, 2. Ist doof zu sehen. Ich sehe nicht wie viel das. Ach hier das ist hier oben. Ich würde aber tatsächlich erst ein Ding ins bauen noch. Geht aber nicht weil Holz fehlt. Ok. Dann versuchen wir das mal hier zu stärken. Und da kommt nämlich schon der Sturm dann. So, bestätigen. Kriegen wir den jetzt hier fertig. Da müssten wir 40 Holz reinstecken. Ne, warte mal. Wir haben keins rein gemacht. Ich mache auf jeden Fall 10 da rein und bestätige den. Okay. So und dann. So, wir müssen erst hier bestätigen. So, das ist der Biber. Ja, der Biber kann gut Holz. Der soll dann auch Holz machen, weil wir brauchen jetzt erstmal Holz. Das Eichhörnchen macht Essen, ne? Ja. 47. Gut. Der Bär kann Insekten machen, aber das würde ich jetzt nicht machen wollen. Er könnte auch einen Wohnraum bauen. Was denn hier jetzt nochmal mit? Machen wir den Wohnraum erstmal stark. Und der Letzte ist noch die Maus. Die kann nix, ne? Textil 3. Ok. Lagerraum oder Wohnraum. Kann die den Wohnraum denn bauen? Würde gehen. Aber ich könnte ihn nur da hin bauen. Wir hatten noch eine Zeit, glaube. Ja. Dann machen wir das doch. Ich glaube, wir können den noch einmal vorher ausbauen. Ja. Ach, wir haben ja noch einen Wohnraum mehr, wir können alle nehmen. Ach, wir haben sogar noch einen mehr da. Wie kriege ich denn die nächste Seite aufgeblättert? Gar nicht. Okay, dann ist noch ein Bett sogar frei. Gut, dann ist das so. Weiter geht's. So, das ist ein Biber, ne? Holz. Lass uns gerade gucken, ob wir noch was aufrüsten können. Ah, das muss noch aufgerüstet werden, okay. Das machen wir jetzt noch schnell. Und wir müssen hier nochmal aufrüsten. Und wir haben Essen genug, wir bräuchten aber mehr Holz. Und hier haben wir einen Biber, der Holz kann. Dann haben wir noch eine Maus, die kann nix, ne? Was macht die Maus? Ah, das geht nicht mehr. Die Maus hätte Blauprose, Lagerraum und das, aber das würde hier unten sein, glaube ich, ne? Und das geht ja auch gar nicht. Das brauchen wir nicht. Das heißt, die Maus macht Essen, fischt. Und Essen wäre jetzt nicht so wichtig. Wir machen das. Können wir hier noch was reinschmeißen. Wir haben 20 Holz. 50 steht da drunter. Kommen dazu wahrscheinlich. Ich würde jetzt die ganzen 20 da reinschmeißen. Wir machen das einfach. So, jetzt kriegen wir die Klamotten dazu. Passt. Nächstes Mal haben wir das fertig. Was gibt's zu essen? Fisch haben wir noch 10. Da geht nicht mehr. Das wäre spärliches Essen, das wäre reichhaltiges Essen. Wenn ich das weglasse, gibt's reichhaltiges Essen, aber das kennen wir noch nicht. Das machen wir mal. Ratatouille hatten wir doch schon. So, da sind wir schon mal gut. Und jetzt kommt der Bestwurm, oder? Feuer ist stark. Könnte nicht stärker sein. Wartet, dann machen wir es nur so. Bestätigen. Weiter. Tag 16, der Sturm ist da. Karawane ist unterwegs. Und die unterste Ebene wird getroffen. Das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir hier hin und machen erstmal das Holz da rein. Bestätigen. Jetzt ist das Ding fertig. Was ist das denn für einer? Charly. Sehr schön. So, das heißt, das ist jetzt hier neu. So, wir gucken erstmal, was wir noch heile machen könnten. Eigentlich brauchen wir da nichts. Das ist alles relativ geschützt. Blaupause wäre jetzt der Garten zum Erholen, aber der wäre nur da unmöglich, was näher nichts bekommt. Also, wir machen hier erstmal Holz. Eichhörnchen kann Gemüse machen. Macht's dann auch. Hier haben wir den Dingens, den Biber, der macht nochmal Holz dazu. Oder geht der fischen? Gute Frage, ne? Fischen wir 27. 20 wäre da, das ist mir zu wenig. Wenn wäre das Holz interessant. Wir müssen danach ja schon wieder reparieren. Dann lass uns lieber das Holz noch wollen. Und die Maus beißt keinen Faden ab. Lagerraum und Wohnraum. Können wir tatsächlich beides bauen. Und hier könnte sie nur da was reparieren. Vielleicht sollten wir das mal updaten. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit Essen? Kriegen wir da weg und sonst nicht. Okay. Die Maus könnte fischen. Das kann sie mit am besten. Machen wir so. Wir haben viel Holz. Und Essen haben wir auch. Fischplatte wäre das. Das wäre ein Festmahl. Ich bestätige das mal vorm Sturm. Brei gibt es da. Weiter geht's. Alles reingepackt, was wir haben. Alles reingepackt, was wir haben. Haben wir jetzt mehr Insekten gekriegt. Ich glaube ja. Jetzt kommt der Ding ins Sturm wieder. Da ist die Welle. Hat nichts kaputt gemacht. Wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut aufgestellt. So. Jetzt können wir jetzt hier noch wieder ein Aufräum arbeiten. Aber wir werden da jetzt erstmal einen Cut machen. Und mal schauen, wie es weitergeht. Es sind bestimmt schon mehrere Folgen jetzt gewesen. Und ja, schauen wir mal. Und da ist immer noch repair. Das ist jetzt schön bist du。 Und da ist das so. Dann rules auf den Chat. Und das ist das so. Und wenn ich jetzt... least damit ein bisschen Fair... Aber dann ils müssen noch wins. Und das ist nicht recht hoch. Und der sagen율isch. Und das...